Wir haben einen wunderschönen guten Tag miteinander und wir kommen zum neuen Urlaub mit dem Medenvieh. Urlaub ist jetzt übertrieben, aber na gut. Wir haben immer viele Witze gemacht über den Verbleib der Mutter. Und ja, häusliche Gewalt ist kein lustiges Thema. Irgendwann geht auch mal was zu Bruch und jetzt momentan erholt die Mutti sich. Und wir besuchen sie natürlich. Ja, wenn sie uns reinlässt, also wenn sie uns sehen will, das weißt du schon nicht. Es tat damals ganz schön weh ihr. Genau, wenn wir euch den Schreis hören, wie körperlich oder, wie sagt man, seelisch. Grüße gehen raus in all diese armen Schweine, die hier im Staub stehen und Urlaub holen. Muss ich heißen oder nicht? Mit dir steh ich gerne im Staub. Ja? Oh, hier riecht es prägradierende Wöhne. Super-Streaming. Da oben müsst ihr euch mit einer schönen Decke hinlegen und den ganzen Tag klotzen. Also natürlich da auf der anderen Seite. Wie, riecht das bei der Grüße? Ja, ich rieche es leider. Grüße gehen raus und die Leute, gegen die ich immer schieße, jetzt hier mit ein paar Haare und Durftrotteln und so weiter, gibt es jetzt erstmal hier feinste asiatische Speisen. Und zwar gibt es hier beim Asiaten ja gar keine Stäbchen. Der hat mir einfach nur grundsätzlich eine Gabel gegeben. Ich sag so, ja, er kann lieber Stäbchen haben. Nein, haben wir nicht. Wenn der Asiaten einfach keine Stäbchen hat zum Essen, dann weiß man, ich bin hier richtig. Aber ohne Scheiß, sehr, sehr, sehr schmackhaft. Genauso die Rezepturen, wie ich es früher in Erinnerung habe. So richtig viel Glutamat und sowas. So hat es als Kind immer geschmeckt. So schön dunkle die Nudeln. Heutzutage sind die immer überall viel zu hell. Und immer nur so dieses Standard-Gemüse drin. Auf dem Dorf gibt es das immer noch richtig geil. Dann wird Buberz legal. Und ist da hin. Hast du dich eigentlich schon darauf eingespielt, diesen Winter nicht zu heizen? Ich brauche nicht heizen. Ich habe genug eigene Wärme. Wir sind jetzt eingetroffen in unserer bescheidenen Unterkunft. Wir haben ein einmatratziges Bett. Das ist natürlich schön. Da kommt man seinem lieben Vati noch mal näher. Das sieht ja wirklich schön aus hier, Mensch. Uiuiui. Also, ich bin wirklich positiv überrascht. Das sieht sehr, sehr gut aus. Und du kennst doch meinen Helm schon? Das ist Bier! Der Mutti ist da und der geht's gut. Wo kommt denn die Mutti her? Der Mutti geht's gut. Und hier sind die blauen Flecken unter der Jacke. Mutter, das ist nicht wie. Wir machen uns die ganze Zeit über schlimme Dinge lustig. Ist das nicht schön? Ja. Nicht schön. Die Leute denken alle, du kriegst Schläge. Wo ist denn der Typ? Nein, auch so nicht für meinen lieben Mann. In der Wahrheit kriegt der Vater die ganzen Schläge. Das stimmt ja gar nicht. Ich muss auch noch alles machen. Das ist mein nächstes. Die hier ist doch weg. Kannst du dir mal neue Badeschuhe kaufen? Nein, lass doch mal die Badeschuhe. Ja, die sind ecklich. Ich bin ja wirklich gespannt, wenn er hier irgendwo... Kannst du das mal bitte sein lassen? Das fliegst du erstmal. Mann, Mann. Ich hab das bezahlt. Mein Sohn, der kauft sich ja auch immer mal neue Badeschuhe. Kann man da nicht rumlaufen. Guck mal, das ist ja ecklich. Endlich. Nach so langer Zeit, nach so langer Fahrt. Wirklich. Das erste Bier seit vier Wochen. Herrlich. Bier amoretti. Die Flüße gehen raus. Ein super Fahrer. Also ich muss echt sagen, ich bin sehr begeistert von diesem wunderbaren, schleckigen Wohnen hier. Es war kein Meerblick, aber naja. Jetzt wird natürlich erstmal eingekehrt. Ich war noch duschen. Zwischendurch ist ein bisschen stressig alles. Die Mutter musste schon gehen. Die hat nämlich nie so lange Freigang im Knast hier. Nie so viel Freigang. Und jetzt gibt es erstmal feinsten Wein. Ich bin wieder gesund. Deswegen stoßen wir an. Du warst nicht krank? Na ja. Jawohl. Wir haben noch den passenden Tishtis bezüglich. Covid-19. Die fetten Tage der Austen sind vorbei. Ich habe gestern meine Steuererklärung gemacht. Es gibt nur noch Restesuppen. Oh. Hier ist schon die Parkinson wegen dem Alkoholmissbrauch über Jahrzehnte. Ganz, ganz traurig. Und ein altes Brot. Und Öl. Öl ist teuer. Oh, das müssen wir abfüllen. Das müssen wir abfüllen. Max, wir füllen das abfüllen. Das ist zu schmecken. Danke. Danke. Grüße gehen raus und ehren werden. Kellner von uns beiden, dem ich früher mal scheinbar vor einigen Jahren Bier ausgegeben habe. Das ist so herrlich. Danke für die Küstenhebe. Genau. Grüß. Immer dieser Alkohol. Dieser Mann ist gelernter Töschler. Das kann sich für keiner vorstellen. Ist aber so. Wenn man zum Beispiel eine Küche verkauft kann, muss man definitiv darauf achten, wenn man jetzt sage ich mal, das ist eine Wohnungseingangstür, die jetzt zugeschlossen ist, oder? Eine Wohnungstür hat eine Spion. Ich glaube, die Leute verstehen. Eine Spion ist ein ganz anderes Thema. Und wenn man dann zur Wohnung reinkommt und ein kleiner Küche stellt, ist schon mal grundsätzlich falsch, das ist die falsche Wohnung. Das ist erstmal ein Fakt. Also wenn du in eine Wohnung reinkommst. Also manche haben kein Zerranfeld. Da soll es Leute geben, die sie zertrümmert haben. Soll es geben. Ich weiß mal nicht mehr. Das hat mich auch gehört. Da haben wir die Informationen. Und dann muss man die Wandblenden weitermachen von Türfutter. Das ist die Wandblende. Hier. Hier unten. Das ist eine Wandblende und das ist Türfutter. Und wenn man dann den Schieber aufmacht. Guck mal. Das ist total scheiße. Und dann hat der Tischler so was für ein Schwein gehabt. Normalerweise war er bei der Abnahme so durchgefallen. Da hat er das bestimmt so vorgeführt. Das geht. Das sind so kleine Dinge. Hier. Ja. Mach nicht kaputt machen. Ich will es nochmal zeigen. Das ist okay. Das ist ja laut für die Nachbarn. Wir haben keine Nachbarn. Was ist denn jetzt das herzliche Bier? Der grundsätzlich ansprechende ist natürlich dieser Herr hier. Dieser Blick. Der hat einen schwarzer vom Feinsten. Der bliegt die Augen. Der hat geschlossen. Das bin eben ziemlich gut. Der ist dicht. Na das würde ich jetzt nicht sagen. Der hat keine Augen. Aber Peroni ist auch schmackhaft. Also ich würde einen Peroni nehmen bitte. Hier sind zwei leere Flaschen Biro Moretti. Die müssen vom Vorgänger sein. Das ist nicht so. So ein Zufall dass der auch Biro Moretti trinkt. Unser Kühlschrank im Übrigen. Ich dachte das ist mein größter Hass. Ach, ich muss unbedingt mal gucken. Nein. Wir sind keine Pfannen. Wir sind keine Pfannen. Wir sind keine Pfannen. Wir sind keine Pfannen. Pfannen. Wir sind keine Pfannen. Wir sind keine Pfannen. Aber ein Kühl. Das ist kein Kühlschrank oder ein Schneebesen. Ja. Es gibt weniger Schneebesen. Die haben keine Pfannen hier. Lass doch das mal. Die haben keine Pfannen. Die haben keine Pfannen. Die echt keine Pfannen? Die haben keine Pfannen hier. Ja. Es ist so geil, dass die keine Pfannen haben. Die haben keine Pfannen. Oh nein. Da frage ich mich jetzt aber an. Da haben die hier Pfannen. Nein. Nein. Also kann ich morgen die Berner Würstel machen? Das ist schön. Nicht? Die guten Berner. Das ist der größte Dreck. Da stinkt die ganze Wohne aus. Und eben ist Haltungsform 2. Das Schwein. Das Schwein hatte keinen Auslauf. Also keinen von. Der Freddy hatte keinen Auslauf. Schick mal. Entschuldige mich dann Freddy. Ja, schick mal. Ich habe morgen noch was ganz feines übrigens. Ah. Ja. Genauso sieht es alles so. Das haben wir neben sonst mitgenommen. Nicht, Max. Das ist super. Na gut. Na gut. Na gut. Ja, ja, ja. Bitte öffnen sie dringend die Brühe. Ja. Ist schon Brand. Willy Brandt. Willy Brandt. Wir üben in einer gut sortierten Küche. Moment. Da ist er. Der Flaschen erstmal. Das ist ein sehr schöner Edelstahl Flaschen. Hattelmann. Axel Schulz. Axel Schulz. Das machen wir ja auch nicht. Axel Schulz. So. Gute. Mh. Das gute Peroni. Mh. Das haben wir 2006, habe ich das zum ersten Mal getrunken. Das ist das herrlich. Schmeckt dir am ersten Tag. Wie 2006. Schmeckt sehr intensiv. Mh. Mh. Ich durfte hier eine Bittersorgung, bin ich beim letzten Mittels stark kritisiert worden. Das heißt Herb. Das stimmt. Das stimmt aber auch. Aber das ist auf jeden Fall. Also hier haben wir ready. Das ist eigentlich das. Was? Da hingen mal Handtücher. In verschiedener Höhe. Und er hat irgendwie, ja das stimmt. Aber die Haken sind weg. Und als hat sich eine Katze versucht zu erhängen, oder so sieht das aus. Wir haben heute einen Dachs gesehen und einen überfahren und nebenbei gesagt. Zwei Hasen und eine Elster, oder was das war? Eine Elster? Das war glaube ich eine Elster. Ein Stinktier war das nicht, das eine. Nein, da war der Herr Fuchs nicht weit. Aber unsere Kühlschrank ist nicht gut gefüllt. Das Frühstücksthema haben wir noch geklärt. Morgen gibt es Berner Würstchen mit Bier. Können wir machen. Können wir machen. Können wir machen. Können wir machen. Wer ist das jetzt hier? Die Melone wird das irgendwie angeschmitten. Das ist alles Quatsch. Auf welchem ist das Obst im Haus? Ich muss das nochmal festhalten. Herr Raufwerk hat gesagt, wir sind in einer Energiesporn. Diese Einrichtung ist herrlich. Aber ich muss das machen, das ist eh schlecht. Aber das ist ein bisschen viel Licht. Was? Das ist los, oder? Ich könnte es mal schnell schicken. Hinter dem Steinern. Feffi? Grüße gehen raus. Und heute Geburtstag? Nein, gestern. Heute Geburtstag? Bei der Uwe Geburtstag? 66 Jahre. Auf den wunderbaren Mannhof, Uwe. Das ist da jetzt mal vor kurzem ein Afrikaner, der zu Töne gesoffen hat. Möge der mal in Frieden ruhen. Ich habe jetzt überlegt, wie ich es formuliere. Das war nicht Hektobanzer. Gin! Ach, Garten. Ach, das geht ja gar nicht. Das kann es ja nicht drin. Ach, das geht ja gar nicht. Ach, das schädelt aber alles, wie ich gieß gar nicht. Das geht ja gar nicht. Das ist ganz andere. Ein Erwachsener, nein. Bist du das in 10 Jahren? Das werde ich schon neben 100 Jahren sein. Das ist so faszinierend. Du gießt dich quasi selber. Das ist so schön, wie du das anguckst. Das ist gar nicht mehr. Ich kann ihn mehr. Das ist kein Streit. Das ist kein Streit. Das ist kein Töne. Guten Morgen. Schönes Wetter. Die Nacht hat es geregnet. Hier sind Dinge geschehen. Wenn du keinem will. Gibt es das Frühstück? Ich wusste, ich habe mir so einen Hirn schon im Ofen warm gemacht. Die 7. Bauchklappung. Gut, mit 19. Also einen Sarztest machen. Na ja, das ist mein Frühstück. Also das ist mein Wetter. Hier hinten ist das Wetter ein bisschen schöner. Aber das wird ab 6 Uhr kommt die Sonne, definitiv. Na gut. Also hier sieht es ein bisschen grausam aus. Und windig ist es auch. Und warm ist es auch nicht. Also man muss schon lange Klamotten tragen. 19 Grad, na ja. Also wirklich überall in Deutschland 35 Grad gefühlt. Aber dieses Wochenende anders. Hier sind natürlich unter 20. Holst du den Tod? Hier regnet es massiv ab, aber es ist kalt, das ist gut. Hier sehen Sie die historische Uhr in Arlbeck, eine der meistfotografierten Sehenswürdigkeiten hier in der Gegend. Der Mann macht immer sein Business, herrlich. Aber als Zuhälter mit drei Modellen hat man auch immer was zu tun. Der Vater traut sich nicht, deswegen geht es jetzt mit der Mutter aufs Riesenrad. 33 Meter hoch, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch schon wieder massives Muppensausen. Oh, ist das windig. Mutter riecht mir, riecht mir, riecht mir, riecht mir. Ich muss auch mit. Das ist schlecht. Mutter riecht mir nicht, ganz ehrlich, sonst wird mir auch schlecht, wenn wir sind da sind zwölf und es ist wirklich windig. Aber es ist ein schöner Ausblick muss ich sagen. Total gut. Ich dachte es ist noch windiger hier oben, es geht eigentlich. Es geht. Oh, guck mal, ich habe noch mal wieder fallen. Das kann ich nicht. So, warte mal Max, wir haben es jetzt, wir haben es 13 Uhr. Das stimmt. Es ist sehr spät schon. Es ist 10 Uhr nach 1 Uhr. Wir hatten eigentlich gesagt um 13 Uhr. 13 Uhr 10. Eine schöne neue Flasche. Ja, sehr gut. Die Chance ist fertig. Der Gin ist da. Aber es feiert am Max. Ich schenke mir mal ein. Also wir haben ja ursprünglich für die zweite Chance ein kleines Geschenk mit reingepackt als Wiedergutmachung dafür, dass es so lange dauert sozusagen. Und jetzt ist der Gin fertig, aber die Geschenke noch nicht. Also die... Also geduldet euch noch etwas. Deswegen, ich überbrücke die Zeit mit einem guten Schluck Mädchen. Das ist wie eine Provokation, die Jungs und Mädels, die noch warten drauf, aber... Oh, das riecht gut. Ja, riecht mal. Ja, riecht mal. Ja, riecht... Oh, immer wieder ill. Ja, ist gut. Ich habe jetzt schon seit 2 Wochen keinen mehr. Na, da wird es Zeit. Ja. Das 13 Uhr 11. Ja, hast du recht. Die Frau mäßig, diesen Mann. Das riecht mal gut. Der ist mild. Der geht gut rein. Oder mit 44 Prozent. Das ist... Der ist wirklich gut. So, mach das Band aus jetzt, damit die nicht sehen, wie viel wir drin haben. Mutter, was hast du denn dazu? Na, ich darf ja nicht trinken. Der Fati hatte Langeweile, weil wir lange aufs Essen warten. Und hat in Uwes Fischerhütter einfach das Ding auseinandergebracht. Und früher als Kind hab ich immer Ärger bekommen. Wie geht das denn hier? Was soll ich eigentlich noch wollen? Oh, Entschuldigung. Ja, heutzutage ist mir wirklich eine Beleidigung, ja. Das... Oh ja. Du machst ja nicht mehr entschuldigen. Hey, die wird den Möwen geführt. Ja. Möwen. Ja, das ist so gefährlich. Oh, nervig. Ich muss sie raus denken, dass... Nee. Nee, nee, nee. Das ist nicht so gefährlich. Wie ist das? Warum das Ding gepiept hat, wenn du fragst. Das hat einmal nie gepiept, das Ding. Das hat das noch mal gepiept hat. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Danke Spahn, danke Lauterbach, danke Merkel. Wieder eins geschafft, in den Ruinen zu treiben. Wir hatten ja noch voriges Jahr gut gespießen. Lange ist es her. Die heimischen Gin-Sorten werden hier unter die Lupe genommen. Interessant. Eine gute Buse, der sieht auch gut aus. Wir können doch nicht jeden Gin kaufen und saufen. Irgendwann gehen wir zur Grunde. Lieber heute als morgen. Ja, das stimmt. Bevor wir jetzt den sehr stürmischen Weg davor wagen, schütten wir uns jetzt sinnlos in den Mövenschäd hinein. Das hat dieser Mann gerade erwogen. Jetzt tut er es, als würde ihn nicht trinken. Ich will das doch alles nicht. Das schmeckt geil. Ne? Das ist nicht meins. Das Vieh mag es eher Herb. Ja, Herb. Das ist ja alles Theater, Max. Das ist klar, wenn man das Auto gesagt hat. Das ist ja alles. Das ist ja alles. Das ist ja alles. Ich muss Sie leider darauf hinweisen, dieses Beförderungsmittel zu verlassen. Das ist ja alles. Das ist ja alles. Das ist ja alles. Das ist ja alles. Eine Rasur wurde gerade unternommen und ich habe mich jetzt hier der klassischen Bevölkerung und Urlaubschicht angepasst. Jetzt fehlt nur noch die Kim David Jacke. Und das Kim David Shirt und dann bin ich eigentlich perfekt. das ist ja alles. Und dann hast du den Statement. Horst. Ah! Horst kappert! Von der Halfenbauer. So ist ja Horst kappert alles. In 30 Minuten müssen wir das Gewinnspiel machen, nicht vergessen. Jetzt wird feinster Maiden Gin gemischt, feinsten Thomas Henry, also Gin Tonic, mit runden Eiswürfeln. Diese völlig übertreten Eiswürfeln. Die waren falsch ausgepreist im Ediha, weil die Frau in der Kasse hat mit mir gestritten und da habe ich dann einfach die genommen. Aber die sehen gut aus. Die passen auch zu diesem sehr guten Sinn. Und wir verlösen dann diesen Gutschein hier um 18 Uhr an die Follower der Maiden Gin official Instagram Seite. Es wird bestimmt noch nie das letzte Gewinnspiel da sein, es lohnt sich immer dieser Instagram Seite zu folgen. Aber es ist aber wirklich köstlich. Das kann man ja anders sagen. Das öffnet eben direkt das Haus. Ich muss mal eins sagen, die runden Eiswürfel, die haben auch keinerlei Lufteinschlüsse, sind geil. Die haben uns jetzt wirklich richtig viel Zeit gelassen und zwar fast eine Stunde, also 55 Minuten und das Eis ist nicht geschmolzen. Das ist immer noch arschkalt. Also das ist wirklich gut. Ja und man hätte im Prinzip sogar noch einen zweiten trinken können. Das ist immer richtig. Nein, schmackhafte Mädchen. Die sind immer noch da. Das ist echt ein großer Unterschied, die Eiswürfel. Also ich bin jetzt im Übrigen, bin ich davon sehr stark überzeugt, in Zukunft das zu kaufen. Schaut, dass wir die Eiswürfel mitnehmen können, weil die schmelzen auf der Follower. Die nehmen wir mit hier vor ein bisschen schlauer. Die Frost wird zu Hause wieder ein. Genau, dann haben wir so eine Eiswürfel. Es ist jetzt schon nach 19 Uhr. Wir verlassen jetzt das Haus endgültig. Vielleicht ist es erst ein bisschen später. Irgendwas ist heute hier ein Gin-Tasting-Event von Knut Hansen. Das habe ich noch mal probiert. Das ist einer der Gin, die ich gerne mal probieren wollte. Das ist eine Schande, wirklich. Shoutout an die Happy Junior Band, die da hinten wunderbar Musik ziert. Und das Meer, jetzt ist schönes Wetter, nehmen wir so ein massiver Wind. Relativ wolkenlos, aber die Sonne neigt sich leider auch schon hier am Ende. So wie wir langsam. Ich bin ein 35-jähriger Lkw-Fahrer. Bus Köppel. Oh, da hinten kann man sich auch draufsetzen. Wenn du genug Melkfett hast. So ein schöner Obelisk. Naja, wo gehen wir jetzt eigentlich was essen? Das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Mmmh, feinste Speisen. Das ist wirklich überzeugend. Vegetarisches Abendmahl. In der Mitte? Ich habe irgendwas Vegetarisches. In der Mitte? Ich habe irgendwas Vegetarisches. Ja, Kohlrabi-Schnitzel. Ne, es steht so gut dran, Vegetarisches. Sechs sind drei, vier. Na gut. Sechs sind drei, vier. Na gut. Sechs sind drei, vier. Na gut. Also kein Salz. Aber wir gehen jetzt dahinter, denn da ist Banzin. Wir sind jetzt auf dem Markt eingetroffen. Der ist sehr traditionell. Das sind wirklich die üblichen und klassischen Stände. Was genehmigen wir uns als nächstes? Hier ist die Welt in Ordnung. Ja, logisch. So, jetzt gibt es feinstes Stürteberger Pilz aus dem Pepsi-Bescher. Ja, genau. Undercover-Suff. Michael Jackson, Rest in Peace. Das kann ich auch noch sagen. Das macht total Spaß. Der Kapitänny. Wir spielen das nächste Song von Red Crossroads Freedlife. Ist das der Mann, der die Fischstöpchen macht? Ja, man sieht die Fischstöpchen. Der Mann riecht nach Meer im Schritt. Der Mann. 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 Hier geht dann gleich das Feuerwerk los in ungefähr 20 Minuten. Und ich bin sehr gespannt. Der Mann. Der Mann. Der Mann. Das war's für heute. So, jetzt gibt's noch mein Abschiedsbier, hier wurde noch ein Mitbringsel geholt und... ...und... ...und... ...un vater schmeckt's scheinbar nicht. Das ist nicht gut. Ich kann doch nicht immer Alkohol trinken, sag mal... Du hast mir was ganz anderes beigebracht, meine Lebenszeit lang. Soll ich mir weiter waschen? Das kriegt nicht. Es ist nicht viel eigentlich. Ja, das stimmt. Nein, äh... ...eine schöne Nulle vererbt, das reicht völlig aus. Das ist für die Hauptsache. Ich freu mich schon, wenn's nach Hause geht. Dann gibt's schon mal Abendessen. Ich wär bestimmt... Ich wär am Autoschmerz. Wir müssen jetzt fünf Kilometer nach Hause laufen. Scheiße. Das Leben ist hart. Ja, das ist wirklich hart. Wir sind nun angekommen daheim. Bier amoretti. Jetzt gibt's Leberner Würstel. Das hasse ich. Machst du uns bitte noch ein schönes Bier auf? Na, eins geht doch noch. Ja, das ist aber... Da trinke ich aber Bier amoretti. Das letzte. Dann musst du Peroni trinken. Gerne. Du musst Peroni trinken. Das klingt wirklich nach einem... Das ist scheiße. Ganz schlimm. Na, das ist ein Abflüssbier. Trinken wir noch. Okay. Warum eigentlich Peroni blau? Ist das... Weil das rote besser schmeckt. Entschuldigung, die hatten nur das. Mehr Leute haben mich beleidigt. Deswegen. Heftig. Das ist der Blagelei. Na gut, ja. Mit dem Medenvieh... Mit dem Medenvieh würde ich sogar Turmbreue genießen. Das ist da diese Dreckswürste an. Das höre ich. Jeder muss wieder runterkommen. Das ist der pure Hass für mich, diese Würste. Ja, ja. Ich will schon mal auf die Uhrzeit hinweisen. Es ist kurz vor drei vor eins. Es ist wirklich. Ja, halb eins. Naja, es ist spät auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall zu spät für Bumper Wurster. Dieser Geruch, der macht mich aggressiv. Jo. Ich möchte noch mal hinweisen auf... Ja, das ist noch elkehafter. Ich möchte noch mal auf die Haltungsplasse zwei hinweisen. Das sind die Quellen... Ich möchte darauf hinweisen, dass ich immer noch kein Bier handel. Ja, hau noch mal. Das ist... Das paut ja alles ab. Na, wenn das fertig ist. Oh, hier wird aber auch schon genossen. Ja, das ist ja auch mal hier. Ist immer noch fett, wie gesagt. Ich habe mich sehr lieb. Ich habe immer noch duscht. Ja, wenn du gerne Wurst gebrätst, habe ich mich nicht lieb. Ich habe mich nicht lieb. Dieser Geruch, der steigt schon in meine Nase. Das macht mich wirklich wahnsinnig. Mich macht das... Mich macht das wirklich spitz. Dieser Geruch, das... Ich müsste das Balkon abmachen. Ich habe nichts mit den Puls. Ich habe nichts mit den Puls. Mh, mh, bieramoretti. Verstehle. Das kann man nur den Alkohol... Wobei behäulig ich die... Ich habe mal den Puls. Ja, aber... Ich habe mal Alkohol... Wann? Wenn sowas gar nicht gut macht, riecht ihr das? Wenn der Schmiel geht, riecht ihr das? Wie kann man seinen Morgen das so feinstes Risotto gegessen? Was machen wir? Ich sag's ja, so gut ist mein Weg.